Salut! Heute üben wir gemeinsam die Satzordnung. Haltet einen Stift, ein Blatt Papier und ein Wörterbuch bereit. Drückt auf Stopp, um die Aufgaben zu lösen. Los geht's! Aufgabe 1 Oh nein, die Sätze sind ja ganz durcheinander geraten. Helft mir beim Aufräumen und ordnet die Wörter in der richtigen Reihenfolge. Alexandra, je, aime. Elle, elle, jolie. Amoureuse, elle, et, évanne, de. Jamais parle avec elle, moi, ne. Drückt jetzt auf Stopp und fang. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com auf www.sofatutor.com